Ein Ort, an dem man arbeiten und nah bei der Familie sein kann. In diese Bürogemeinschaft können Eltern ihre Kinder problemlos mitbringen. Coworking deckt das Bedürfnis nach einem Arbeitsplatz ab, aber auch die Bedürfnisse, die die Kinder der Mitarbeiter haben könnten. Um diese Vereinbarkeit zu ermöglichen, entstand ein extra Raum für die Kleinen, Co-Baby. Auf diese Art können Papas und Mamas ihrer Arbeit nachgehen und ihren Kindern gleichzeitig nahe sein. Sie können nach ihnen sehen, eine Weile mit ihnen spielen und die Stillzeiten einhalten. Co-Baby ist die Essenz dieses Coworkings. Es wurde für Kinder zwischen 0 und 3 Jahren eingerichtet, ermöglicht den Familien optimal, ihre Zeit und Produktivität zu nutzen und gleichzeitig ihre Kinder im Alltag zu begleiten.